So, willkommen zurück zu The Stanley Parable, heute wahrscheinlich zum allerallerletzten Part, weil, äh, boah, ich weiß nicht mehr so ganz, was ich machen soll. Das ist hier noch das, was uns übrig bleibt, die Konsolenscheats zu aktivieren und auch die ganzen anderen Endings durchzuspielen. Ja, kennen wir. Warte mal, äh. Gut, jetzt ist die Konsole verschwunden, das ist aber schön. Na, komm. Na, komm. Eh. Äh, das muss auch irgendwie funktionieren. Ah, komm. Und versuche ich das überhaupt? Ah, ja, geschafft. Ah, komm. Und. Ah. 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 Ja. 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 You, too, will become quite unbearable. Wo war's das jetzt? Gut. Hätten wir das Ende auch abgehakt? Also machen wir's nochmal. Hm, wie hab ich das gerade geschafft? Komm schon. Äh, nein. Äh. Komm. Ah. Ah. Komm. Da. Rein. Muss doch nicht so schwer sein. Okay. Lassen wir das. Ähm. Dafür laufen wir jetzt die ganze Zeit geduckt durch die Gegend. Ah, da haben wir das ja wieder. Waiting Input. Alles klar hier. So. Ähm. Ähm. War das schon immer so? Ähm. Hab's schon wieder kaputt gemacht. Geil. Ähm. 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 Das muss ich jetzt hier nochmal antun. Ja, ja, das war aber ich nachgucken, wie das hier funktioniert. Ähm, oh. Fuck! Fuck! Wait, Stanley thought to himself. I'm sure that the orders stopped coming in. How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a way of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. So, Nummer zwei. Das hat anscheinend nicht gereicht. Wie soll das möglich sein? What could it mean, Stanley wondered aloud to nobody? He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had a... Yeah. Find it an extra secret pinnummer. Eh, nee, zurück. Hi. Irgendwann werden wir's schaffen. Irgendwann. Das wird's wohl sein. Nicht. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Spiel wird ihn auch wahnsinnig machen. Dissbelief. Stanley decided to go up to his boss's desk. Coming to a staircase. Stanley walked upstairs to his boss's office. Ah. Ach. Weichern. Hm. Ich. The moment he... Ja. Gewonnen. Wieder runter. Ähm. Es ist wieder so linear. Leck mich doch. Hm. Hm. Weg der ist kaputt. Hm. 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 Oh, das ist aber nett hier. Oh, oh, no, leaving. Oh, die Tür. Escape port page, also. Ah, ich kann mal einen Fahrstuhl nehmen. Nein. 7, 5, 4. Gut, ich brauche nicht weiter. Jetzt zum Escape port. Ich kann mal das Licht anmachen, bevor ich noch stolper. Warte ein bisschen. Hier geht er mal weiter hoch. Ich könnte mir nix spannenderes vorstellen, als ich ins Treppenhaus hochgehe. Was ist hier jetzt noch mal was? Komm schon, 760. Warte mal, was stand nun noch mal drauf? Äh. Escape port launch bay. Escape. Och, das funktioniert. Okay. 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 Ah. What? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. When Stanley came to a set of two... Yeah! ... 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 Sorry, aber das muss ich jetzt unbedingt ausprobieren. Das könnte sich zwei Stunden dauern, aber egal. Was habt ihr so heute noch vor? Also ich drück auf Knöppel. Hört mir überhaupt aus, wären wir dann nicht mehr so sicher. Ähm, nö, tun sie nicht. Gut. Hätt sich das auch erledigt. Ständig. Stanley decide to go to the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself, and constantly needed support and guidance from others. So the thought of total solitude was terrifying to him. Als Stanley kam zu einem Set von zwei örtlichen Türen, hat er die Türe auf seiner leften. Das ist das gleiche wie vorher. Ich verstehe nichts. Für das Kee Pad guarded das Terrible Secret, das liegt unter dem Fuß. Und so der Boss hat es ein extra-secret PIN-nummer. 2845. Stanley war in so rush, dass er durch die Geschichte so schnell wie möglich war, er hat sogar noch eine Minute zu lassen, die Narrative zu sprechen. Das... Ist da was? Ich bin fertig mit dem Spiel. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich... Äh, nö. Nö! Ich hole mir jetzt meinen Refund. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020